So, eins, zwei, drei Routen, alles schön platziert, drei Köder, hier an so einer kleinen, wunderbaren Stelle. Und guck mal da, da ist schon wieder was dran, da zieht doch wer. Da hinten schwimmt er schon, er hat aber noch nicht gehakt. Jetzt hat er gehakt, anschlagen. Und da ist er, der Döbel. So, heute nochmal schön auf Döbel unterwegs, Alden, mit den Grundrouten. Also, ganz gechillt, mit feinem kleinen Setup auf Döbel. Und hier, zack, schon wieder dieses Ding, dass der wegschwimmt. Und, oh, 1,5er Döbel, Alter. Sehr schön. Die wollen wir haben. Die wollen wir haben. Zack. Oh ne, verhakt. Oh ne, oh ne, oh ne. Und ich hab schon die ganze Zeit gedacht, hoffentlich verhakt das hier nicht. Ei, ei, ei. Normalerweise, wenn es verhakt, ich ziehe es hier mit der linken Maustaste, langsam hochdrehen. Warte mal, wir machen mal. Okay. Linke Maustaste. Kurbeln, rechte Maustaste und dann ruppt der so. Ich drehe nochmal einen höher. Rupp. Und dann drehen wir nochmal einen höher. Ich glaube, da kommen wir nicht raus. Ne, noch einen höher können wir nicht, dann reißt es ab. Und ich will ungern das Vorfach kaputt machen. Ei, 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 ei. Absolute Katastrophe. Was macht man? Entweder neu einloggen oder mal eben kurz reisen zum Moskito. Kostet ja nichts. Und dann reisen wir eben zurück zum Windenbach und latschen da schnell wieder hin. So, einmal hin und einmal wieder zurück. Und wir rennen mal eben zum Spot. Dann seht ihr auch direkt, wo es ist. Heißt also hier hinten vorbei. Übrigens hier am Bauernhof vorbei, wo man die Kartoffeln kriegt und so. Ganz wichtig, auch da zwischendurch mal einkaufen. Und gerade wenn man Köder, irgendwie Herstellung nach oben pusht, dann braucht man das. Und ich renne jetzt hier eigentlich geradeaus durch die ganze Zeit. Jetzt so ein bisschen vom Weg ab. Ich hoffe, ich finde das jetzt auf Anhieb wieder. Wo sind wir denn hier? Ah, genau. Hier ist das Totholz, was so schön im Wasser liegt. Und hier ist die Stelle, die ja auch richtig, richtig cool ist. Und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir hier nicht so ganz weit werfen. Müssen wir klippen? Nö, eigentlich klippen wir nicht. Wir machen gar keinen Klipp. So, wir werfen einfach so aus, dass wir hier im Grün landen. Nicht am Baumstamm. Vielleicht nochmal ein bisschen weiter. So, genau. Und das dritte Ding auch nochmal. So, genau so wollen wir. So, also dreimal wieder frisch rausgeschmissen. Und dann gucken wir, was geht. Ich habe gerade schon ein bisschen rumprobiert. Stand auch gerade schon da hinten an dem Baum, weil es hier an diesen Geäß und Gebäumen auch immer mal wieder ganz gut geht. Habe allerdings auf Brei, auf Erbsenbrei rumprobiert. Und habe jetzt hier nochmal wieder auf einen klassischen Köder auch umgewechselt. Und zwar bin ich hier mit relativ feinem Setup, jedoch recht großem Haken, mit einem Grashüpfer unterwegs. Grashüpfer reingeballert. Hier ist mal ein Viererhaken zum Beispiel und Grashüpfer. Ganz klassische Kombination. Beim Döbel immer ein bisschen drauf achten. Hier war vielleicht sogar schon gerade ein kleiner Fehlbiss. Das heißt, hier werde ich das direkt nochmal ändern. Ich habe nämlich gerade hier so einen kleinen Wackler in der Schrift gesehen. Da war bestimmt einer dran und wollte beißen. Der war mit Sicherheit dann aber zu klein. Ich gehe mal hier auf einen Sechserhaken. Sechserhaken und Grashüpfer. So. Zack. Machen wir es hier mal nicht ganz so groß. Oh, ich muss die Bremsen einstellen. Ah ne, doch nicht. Sind ja noch eingestellt. Ich habe ja nicht gerelockt. Bremse relativ locker eingestellt. Der Fisch soll doch erstmal abhauen können. Und dann können wir immer noch die Bremse wieder hochziehen. So. Damit uns da nicht irgendwie aus Versehen was abreißt. Den werfe ich nochmal ein bisschen weiter aus. Das war mir gerade ein bisschen zu wenig. So. Genau. Einfach mal davor. Ich ziehe noch ein Stück zurück. Und hier zieht der nächste ab. Er hat noch nicht gehakt. Ich drücke R. R, 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 R. Jetzt ist er gerannt. Kleiner Döbel. Passiert, dass auch ein paar kleine und unmaßige reingehen. Aber wir wollen ja hier im Idealfall auch die dicken fetten. Deswegen müssen wir einfach da durch. Das da zwischendurch. Entweder machen wir einen größeren Haken dran. Haben aber zwischendurch auch mal so ein paar Ausschlitzer. Will man ja auch nicht ständig haben die Ausschlitzer. Oder. Hm. Tja. Zwischendurch mal die kleineren Fischis. Und gerade hier am Windenbach oder wenn man hier mit dem Starter-Set steht. Ruhig. Die kleinen Fische alles mitnehmen. Jedes Silber einfach mitnehmen. Ist alles Cash. Können wir alles gebrauchen. Ja. Im Großen und Ganzen sieht es aber hier auch schon ganz gut aus. Sehr, sehr eindeutig. Dass hier die Döbel schon mal ganz gut gehen. Ähm. Natürlich keinerlei Futter-Mische drin oder ähnliches. Man könnte, wenn man schon so weit ist, bestimmt irgendeine Futter-Mische. Ja, aber das wird schon tricky. Futter-Mische kann einem schon mal einen Spot auch versauen. Und wenn man sich da mit dem Döbel, das müsste man tatsächlich testen, ob der mit irgendwelchen Larven oder sowas in der Futter-Mische anzulocken ist. Ähm. Das Schlimmste wäre ja, wenn man sich den Spot wirklich versaut. Der Döbel ist weg. Und auf einmal hat man irgendwie Rotaugen hier an der Stelle oder sowas. Das wäre halt sehr ärgerlich. Von daher lieber ohne Futter-Mische. Einfach hier ein bisschen rumprobieren für die verschiedenen Tageszeiten und so testen. Oder eben auch mal verschiedene Positionen. Was man natürlich auch machen kann. Vielleicht einfach mal von der anderen Seite hier hinstellen. Vielleicht lügt das ja besser. So. Guck mal, da ist das auch ein bisschen angenehmer von der Strömung. Das geht ja jetzt nach da oben hinweg. Könnte man auch machen. Dann steht man jetzt einfach hier. Kann sogar ungeschadet hier an dem Baum vorbei. Ich liege ja jetzt quasi mit der anderen Route. Ja, ungefähr in dem Bereich da vorne. Also noch ein ganzes Stückchen weg. Wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Ich zeige es nochmal eben auf der Map. Guck mal hier. Also einfach durchs Dorf hier am Bauern vorbei. Zack. Raus. Und dann ist das hier in der Ecke. Ganz schicker Spot. Ganz schicker Spot. Und ich muss sagen, ich war hier vorher noch nicht. Also seitdem das Gewässer umgebaut wurde, war ich noch nicht hier an der Stelle. So, ich mache es nochmal ein bisschen weiter. Testen wir mal die andere Seite. Denn ich will ja auch Frequenz. Da muss ja auch ein bisschen was gehen. Und wenn hier so lange nichts zuppelt, dann muss man halt reagieren. Ganz klassisch. Ich hatte ja erst probiert, hier vielleicht auch noch auf Ahrland oder sowas zu gehen. Ganz klassisch wäre halt auch sowas wie solche Breisauern, Erbsenbrei und sowas. Wobei tatsächlich am Windenbach eben hauptsächlich irgendwelche fleischigen Köder ganz gut funktionieren. Speziell halt im fließenden Gewässer. Das heißt irgendwelche Larven und irgendwelche Würmer. Wurm geht eigentlich immer. Einfach einen Regenwurm reinhalten. Mistwurm. Sensationell. Und im Idealfall, wenn man richtig hohe Frequenz haben will, auch eigentlich immer schön kleinere Haken. 18er Haken, noch kleiner auf dem 20er durchaus mal runtergehen. Bis hin zum 24er könnte man auch machen, wenn man da ganz wild drauf ist, auf die ganz kleinen. Kann man machen. Wobei ich immer auch ganz gerne mit dem 18er unterwegs bin. 18er oder 20er. Ich glaube, das reicht komplett. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass hier noch ein bisschen was geht. Morgenstunden waren okay. Jetzt ist natürlich die Frage, beißt der Döbel den ganzen Tag über dann eher weniger und dann erst am Abend. Wäre natürlich nicht so ganz zufriedenstellend. Das wäre dann einfach zu wenig. Oder ich teste hier in der Gegend auch noch mal ein bisschen rum. Vielleicht einfach mal gegenüber. Auch da an dem Totholz. Vielleicht da noch mal so ein bisschen hinwerfen. Also man muss halt ein bisschen rumtesten. Oder da hinten auch an dem Geschlonz, an dem Grün. Einfach mal da in dem Bereich rumprobieren. Wo man was kriegt. Ich werde schon ganz unruhig hier. Also, ich teste noch mal ein bisschen rum. Und teste aus hier, was geht. Auch hier mache ich den Einserhaken runter. Gehe mal auf einen Sechserhaken sogar runter. Gehen wir mal nicht ganz so groß dran. Sechserhaken. Und da den Grashüpfer wieder drauf. Und das werfen wir mal rüber. So, das ist auch schon ziemlich genau da drüben angekommen. Tja, und weiter testen. Bis gleich. Ja, so sieht der Spot jetzt hier gerade aus. Also, das ist jetzt gerade meine Testsituation sozusagen. Drei verschiedene oder etwas verschiedene Positionen. Das heißt, ich teste jetzt nicht nur in der Breite des Gewässers an verschiedenen Stellen, sondern auch in der Tiefe bis nach oben hin. Einmal natürlich hier mit der ersten Route bis direkt gegenüber auf die andere Seite sozusagen geschmissen. Dann mit der zweiten Route relativ mittig. Da habe ich hier vorne hingeschmissen. So in diesem Bereich. Und das treibt natürlich noch ein bisschen ab. Und hier die dritte ist immer noch relativ nah hier vorn. Die könnte sogar noch näher hin. Die liegt jetzt quasi hier vorne in dem Bereich sozusagen. Also hier einmal probiert vor dem Grün. Dann hier probiert sehr mittig. Und die dritte, die ist dann quasi direkt da drüben in dem Bereich quasi. Das heißt, wir haben hier einmal das gesamte Gewässer abgedeckt. Einmal quer rüber und probieren jetzt quasi hier, ja, ob an einen dieser Stellen, ob eine dieser Stellen halt irgendwie besonders gut läuft. Und wenn nicht, heißt es also wieder was machen. Also ruhig wieder verändern. Da warte ich jetzt auch gar nicht so ewig lange. Kurz abwarten. Hier vorne hat es gerade nochmal gebimmelt. Da ist gerade nochmal ein kleinerer Döbel reingegangen. Heißt also hier Mitte und gegenüber hat sich noch nicht viel getan. Also gleich wieder reagieren. Gar nicht so ewig lang warten. Zwei, drei Stunden ingame würde ich sagen ist ja schon maximal. Dann muss es weitergehen. Und dann wird vielleicht gesucht. Vielleicht geht es dann nach da hinten mal. Da haben wir auch nochmal so ein bisschen Grünzeug. Oder da, da sind so ein paar Bäume auch im Wasser. Immer gerne da, wo auch so ein bisschen Struktur ist. Wo sich die Fische auch dran orientieren können. Da geht es in der Regel ganz gut. Oder auch einfach mal hier, wo einfach so Sand ist. Sandbänke oder so Steilküsten. Wahrscheinlich ist da unten drunter auch sehr viel Sand. Auch da mal testen. Gerade mit Wurm und sowas für Don Kaulbarsch und so. Da geht das auch durchaus mal. Guck mal hier. Da bimmelt es. Guck mal gleichzeitig. Ach, das ist ja ein Ding. Mitte und rechts haben sich beide gleichzeitig entschieden. Aber auch hier wieder der Döbel. Sehr schön. Immer gern der Döbel. Zack, wieder raus damit. Also sehr, sehr eindeutig. Und da ist auch einer dran. Sehr, sehr eindeutig. Oh, der hat sogar Speck an der Rippen. Ei, wie schön. Na, höher wollen wir nicht. Bleibt mal im grünen Bereich sozusagen. Gelbgrünbereich. Dass wir nicht ins rote gehen. Und da kommt der Nächste. Jeppa. Alter, 1,7. Auch geil von der Färbung am Rücken. Der wieder so glänzt. Mega, Alter. Sehr schön. Dicker, fetter Döbel. So soll er sein. So, auch hier nicht so weit jetzt. Wir hatten ja gesagt, drei. Genau. Genau dahin. Drei verschiedene Positionen. So. Also, die Position gegenüber oben, die nehmen wir jetzt weg. Die hat ja jetzt nicht so viel gebracht. Ich lege ihn tatsächlich auch nochmal, also die dritte Rute jetzt nochmal hier vorne hin. Vielleicht gehen wir hier tatsächlich auch nochmal mit einem kleineren Haken dran. Wir gehen nochmal feiner. Sechste hatte ich zuletzt. Ich gehe mal auf dem Achterhaken. Vielleicht haben wir da noch mehr Erfolg. Wenn ihr vom Vorfach, wir können auch das Vorfach ändern. Das können wir auch machen. Wir gehen mal auf Fluorocarbon. Und zwar auch da ein bisschen leichter. 4,4 Kilo Fluorocarbon. Bremse dementsprechend nochmal ein bisschen runter. Und werfen auch da vorne hin. Gefällt mir gerade sehr gut hier die Stelle. Gefällt mir richtig gut gerade. Gerade Döbel. Und wenn man dann in diesem Kilo-Bereich unterwegs ist. Mh. Das schmeckt sehr, sehr geil. Da kann man jetzt gleich richtig gut Kohle mitmachen. Jetzt ist halt eben die Frage. Ich bin halt jetzt hier mit diesem Vorfachsmaterial unterwegs. Das Vorfachsmaterial kann man sich später erst herstellen. Ich habe extra ein Video dazu gemacht. Vorfächer herstellen oder nicht. Nicht im Low-Level-Bereich. Immer dran denken, das ist echt teuer. Bevor man sich das erste Vorfach gebastelt hat, gibt man schon ungefähr 1000 Silber aus. Für das Material, für die Kombizange, für die ganzen Karabiner und was nicht alles. Also Katastrophe. Das kann man irgendwann mal machen, wenn man über Level 20 hinaus ist. Und wenn man genug Kohle hat und sein erstes Set hat. Vorher lohnt sich das auch gar nicht. Denn es gibt eigentlich alle Vorfächer, die man benötigt auch zu kaufen. Und man kann auch einfach ohne so ein Vorfach angeln. Auch das ist ja möglich. Wenn ihr hier einfach mit einer Monoschnur steht, habt ihr da auch eine echt gute Schnur, die auch nicht so super, also die ist jetzt ja nicht mega durchsichtig, aber eben auch nicht so super zu sehen. So eine geflochtene, die sehen die Fische halt schon mal eher, je nachdem wie dick die ist. Aber so eine normale Mono, mit der könnt ihr am Anfang super hier angeln. Zu den Schnüren fällt mir gerade ein, ich glaube da werde ich auch im Discord nochmal einen extra Post zu machen, diese verschiedenen Sichtbarkeiten und so. Da gibt es so verschiedene Tabellen. Poste ich gerne die Tage auch nochmal im Discord. So, also im Großen und Ganzen, ich muss sagen, wir sind jetzt fast eine halbe Stunde hier mit diesem Testen vorher und rund 15 Minuten hier an diesem Spot. Ich bin übelst zufrieden. Ich bin richtig zufrieden hier. So kann das gehen. Und ich glaube da bimmelt es gerade schon wieder los. Wenn ihr Bock habt, ihr könnt auch gerne noch andere Köder testen. Also neben dem Grashüpfer an der Stelle, gerade war ein Ahrland dran, vielleicht auch mal, oh, haben wir hier so einen kleinen, dann nutzen wir doch die Chance und nehmen mal hier einen anderen. Wir nehmen mal hier den Maikäfer zum Beispiel. Auch einfach mal reinhalten und gucken, was auf den Maikäfer geht. Maikäfer, Ahrler, gerne auch mal für ein Ahrland. Wie gesagt, Grashüpfer und Döbel ist auch klassisch. Teige durchaus mal probieren oder einfach, wie gesagt, diese Maden. Und Köcherfliegenlarven. Also alles, was so ein bisschen fleischig ist, ist eigentlich recht konstant von der Frequenz. Da geht immer ein bisschen mal was drauf, auch ein bisschen was Wilderes. Und wenn ihr hier mit dem Starter-Set steht, lübt das. Immer auch dran denken, dass ihr möglicherweise auch nicht ganz so viel und vielleicht auch nicht ganz so dick rauszieht, wie ich jetzt hier gerade rausziehe. Denn ich stehe ja hier mit einem High-Level-Account. Das heißt, ich habe komplett alles geskillt. Ich habe im Grundangeln, was wir ja gerade machen, die 100% drin. Ich habe in der Montage, die ich verwende, hier Punkte drin. Wenn ihr später skillt auf Schlaufenmontage, ist das noch besser als die Inline-Montage. Also lieber darauf skillen. Aber wie gesagt, wenn man die Punkte halt überall drinne hat, dann fängt man auch mehr und auch größer. Von daher kann es natürlich auch durchaus sein, dass ihr nicht ganz so viel fangt. Aber grundsätzlich ist es hier quasi auch eher nur ein Tipp, wo was gehen kann, mit welchen Köder und ungefähr mit der Stärke des Sets. Heißt also nicht, dass man das eins zu eins so nachbauen muss, beziehungsweise vor allem auch Winkelpicker. Die kann man sich irgendwann mal kaufen, wenn man keine anderen Sorgen mehr hat im Leben. Dann kann man sich auch mal eine Winkelpicker gönnen. Ansonsten erstmal standardmäßig die Fieder, später auf die Karpfenroute und dann lübt das auch richtig. Ja, hier wie gesagt, klassisch. Also hier ein normales Vorfach. Ihr seid hier vielleicht mit einem 5, 6 Kilo Schnur unterwegs. 4,4 Kilo Vorfach. Ich würde sagen, so ein 6er Haken ist hier glaube ich ganz angebracht. 6er Haken, vielleicht bis 4er Haken. Und dann lübt das. So viel zum Set, zu den Ködern, zum Spot, zum Windenbach und jetzt gucken wir nochmal in den Kescher. Tja und wenn wir hier in der City angekommen sind, dann gehen wir natürlich als erstes zum Kaffee. Schauen eben nach, ob hier irgendetwas abzugeben ist. Wie gesagt, wenn ihr hier, ich sehe es gerade schon, es ist der Hammer. Wenn ihr hier jetzt gerade unterwegs seid am Windenbach, nur mit Mistwurm, könnt ihr in Windeseile höchstwahrscheinlich Barsche abgeben, Nase abgeben, Kaulbarsch, Gründling durchaus auch möglich. Wandermuschel ist drin, die größeren Barsche maybe, das wird ein bisschen tricky, das wird alles ein bisschen tricky. Aber ich sage mal, 3, 4 Aufträge kann man regelmäßig hier abgeben. Windenbach lohnt sich immer übelst, gerade im Anfängerbereich. Auch tatsächlich bis, ich würde sagen, ruhig bis Level 20, immer mal wieder ruhig hier hin. Ja und wenn wir hier mal kurz reinschauen, seht ihr, warum ich den Dürbel so geil finde. Für einen so einen Fisch, 8 Silber, 6 Silber, fast 7, 6, 6, 5, 5. Also das ist halt schon richtig gut und in Gänze in der kurzen Zeit hier knapp 50 Silber gemacht. Bin ich echt zufrieden mit. Kratching, verkaufe das Ganze. Ich versuche jetzt hier nochmal ein paar ganz dicke Brocken rauszuziehen, wenn das Ganze geholfen hat. Gerne den Kanal abonnieren, einen Daumen da lassen fürs Video und wir sehen uns das nächste Mal im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags ab 19 Uhr oder im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.